Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich bin ein Let's Player. Und ich habe von der tollen Aktion des lieben Jesu Anji gehört, denn hier hat ja Leute, sowas wie Let's Player, Grafiker, Walkthrough, was auch immer, alle möglichen Leute von YouTube aufgerufen, eine Videoantwort zu seinem Aufruf zu machen und sich dabei, sich und ihren Kanal vorzustellen. Erstmal nur ganz kurz zu meiner Person, also mein Name ist Alexander, so viel ist klar. Ich bin 21 Jahre alt, wohne in der Nähe des beschaulichen Osnabrücks und das reicht auch schon zu meiner Person, würde ich mal sagen. Es geht doch eigentlich hauptsächlich wirklich hier um meinen Channel, von daher genug mit mir. Ab zu meinem Channel. Genau, so sieht das hier aus. Falls ihr euch fragt, was heißt denn eigentlich Red Naxala, dreht das einfach mal um. Alexander, ja ganz genau. Was Let's Play ich denn so? Hauptsächlich Rollenspiele, darauf habe ich mich spezialisiert, ist einfach schon immer so mein Lieblingsgenre gewesen. Und da habe ich auch schon einige erfolgreich abgeschlossen, nämlich Deus Ex, Mass Effect und Voyager 2. Okay, einige, es sind gerade mal drei, aber ihr müsst auch mal drüber nachdenken, Rollenspiele brauchen eine Rolle, ne? Und ich rush da nicht einfach nur so durch. Ne, ne, ich spiele die schon anständig. Habe derzeit 407 Abonnenten, aber das könnt ihr ja alles selbst nachschauen, der mir einfach mal auf meinen Kanal klickt und einfach mal so ein bisschen durchguckt. Und es werden noch viele Projekte kommen, derzeit am Laufen sind. Deus Ex, Human Revolution, Gothic und Wilder Scrolls III Morrowind. Das Letztere wird wahrscheinlich pausiert im November, wenn dann Wilder Scrolls III Skyrim kommt, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und ja, was gibt es eigentlich noch groß zu sagen? Ihr könnt euch ja mal ein bisschen auf meinem Kanal umschauen, mal ein paar Videos anschauen und gucken, was ihr davon haltet. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ich es vielleicht wert bin, vorgestellt zu werden, dann gebt mir da, da, ich habe mit dieser neuen Webcam, das ist in der Spiegel verkehrt, noch nicht so ganz raus, irgendwo da einen Daumen geben. Und ja, auf jeden Fall danke so oder so für Jesu Anjui, die Möglichkeit, den Leuten hier die Möglichkeit allein schon zu geben, sich vorzustellen. Denn allein dadurch, dass jetzt die Leute schon das sich anschauen, können ja schon viele Zuschauer neue Kanäle finden und Gefallen daran finden. Und davon profitieren im Endeffekt nur alle. Von daher so oder so, top Aktion und ich würde sagen, wir sehen uns möglicherweise auf meinem Kanal wieder, würde mich freuen. Und wenn nicht, wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Und mein Name ist Alex, bis dann!